Die Farbe der Hoffnung Auf Jörg Wolf kommt der Ball und das 0 zu 1 Keine Chance für Torhüter Sievers Zwei Minuten später wieder Mannheim in den Medien zuletzt hart kritisiert Aber auswärts erst einmal verloren Spielte heute wie aufgedreht Jörg Wolf zieht vorbei an Sievers Der hält ihn und klare Sache Elfmeter Gerd Deiß wird den ausführen Sievers im Eck hält Macht seinen Fehler also wieder gut Aber trotzdem Hannover völlig von der Rolle Obwohl der etatmäßige Libero und Herzstück der Abwehr Carsten Surmann Nach Suspendierung wieder dabei war 21. Minute Mannheims Deiß auf Uwe Mayer Und der dribbelt sich klasse durch Und ein herrlicher Treffer Das 0 zu 2 Knapp 3000 Besucher zur Pause Überhaupt nicht mit der Leistung von Hannover einverstanden Ja und die zweite Hälfte begann so wie die erste Hannover reagierte nur Gerd Deiß auf Jörg Wolf Und da war es passiert 0 zu 3 in der 52. Minute Jörg Wolf zu Beginn der Runde von Bayreuth nach Mannheim gewechselt Hier mit seinem zweiten Treffer Hannover desolat und ohne Gegenwehr Mannheim dagegen kontrollierte Ball und Gegner Eine Klasse stärker heute Gerd Sebert wechselte nochmal aus Brachte Lutz Hoffmann für Jörg Wolf Dessen erster Ballkontakt Und der Ball sitzt 0 zu 4 in der 78. Minute Die Niedersachsen taten einem da schon richtig leid Kurz vor Schluss nochmal Mannheim Über Mayer Jetzt passt auch noch Sievers und im Nachschuss Der Eingewechselte Mit dem 0 zu 5 10 Minuten im Spiel Zwei Treffer gemacht Jörg Wolf Und dabei blieb es auch Fazit für Mannheim Ein Trainingsspielchen Aus Sicht der Fans von Hannover Heute Mittag auf dem traditionellen Flohmarkt War mehr los Obwohl es da auch nur Ramsch zu sehen gab